ARD Text im Auftrag von Funk 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 Incentre. Ello! Percento! Pesturas? Pestupes, Ben! Incentre! Boos! 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 Incentre! Entrasabiliamos! Pasta! Inmerio! Ich kann natürlich keine Fehler! Boah, wie viel hat's denn eingesetzt? Ja! Incentre! Incentre! Geheiz! 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 Erledigt! Ich glaube, das waren alle! Seid ihr... was Dorin mir sagte! Sie sind es, die ich sah, Elec! Beende deine Arbeit hier, Uda! Noch nicht alles, was du vorher gesehen hast, ist geschehen! Boote! Weiter! Sperre dich zu dem Zuflurtsort der Stadt so auf! Machen wir doch gerne! Da! Da sind sie! Frühstück! Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen! Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind! Und das sind sie! Du solltest es tun! Oh, wie cool! Die sehen ja süß aus! So, wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe! Und sobald jemand von ihrer Rücke erfährt... Oh, die Wünsche! Ihnen wird nichts geschehen! Die Zentauren sorgen dafür! Das schwöre ich! Cool! Danke, Dorin! Für deine Hilfe bei der Suche! Und deinen Einsatz! Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind! Die Wilderer hätten das nie getan! Vergiss das nie! Ihr habt heute mutig gekämpft! Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen! Danke! Wenn es dir nichts ausmacht, Dorin, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen! Außergang abgeschlossen! Ein Schnatter in der Hand! Dafür gibt es 280 HP! Cool! Und damit hätten wir, glaube ich, auch die Aufgabe... Jetzt müssen wir irgendwie raus, ne? Wir müssen uns möglichst bald treffen! Ich habe von Joanna Bickel eine interessante Eule über Hallo erhalten! Wir nehmen erst mal nur das Geld hier mit, weil die Dinger brauchen wir! Kann man nicht tragen! Ich habe eh noch genug Tränke ohne Ende! Ja, die kann man nämlich nicht tragen! Wir können leider nur 25 Dinger tragen! Aber die Kohle nehme ich mit! Gut! Dann gehen wir weiter! So, müssen wir jetzt irgendwas... Ich kann nicht mal auf die Karte zugreifen, weil ich, glaube ich, irgendwo gerade... Stufe 28! Wir müssen jetzt ja ein bisschen gucken! Wir sind jetzt auf 28! Das ist der Vorteil! Verteidigung gedroht, aber Offensive geht hoch! Entschuldigung! Ich muss zwischendurch mal... Diesen! Mach mal, mach mal! Sehr gut! Warte mal! Das wollen wir eh nicht! Was war denn das jetzt? Outfit, ne? Ja! Outfit war's! Wo war denn das jetzt? Ja! Genau, das ist richtig! Ich guck nur gerade, ob wir noch was Neues bekommen haben! Ja! Erfüllte Füllrate der alten Magieanzeige! Na gut! Für den Fall, dass ich dann halt... Gut, 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 gut! So, eigentlich haben wir alles, ne? Außer die letzten Wiesenerweiterung, die brauchen wir noch! Wie haben wir denn 2100? Ich glaub, die kostet 6000 oder so! Perfekt! Gut! Aber leider kann ich nicht auf die Karte! Ich komm, ich muss erstmal raus hier! Was denn nochmal? Das machen wir noch glatt! Oh Gott, ob das jetzt der richtige Weg ist überhaupt! Aber eigentlich, ja! Die ist noch ne Truhe! Die brauchen wir nicht! Gehen wir da hoch! Ja! Wunderbar! Gott! Dann haben wir das Thema auch abgeschlossen! Und dann können wir uns rein theoretisch... Äh... Avala Kedavra bin! Dann hätte ich den letzten! Die Frage ist, ich kann, glaub ich, keine unverzeihliche Flüche, glaub ich, im Finale einsetzen! So, wie war da... Meine... Man ist das Wado irgendwas! So! Dann gucken wir mal gerade wegen Aufträgen! Wir brauchen ja einen Auftrag! Wir sind ja jetzt Level 28! Das heißt, Halos letztes Gefecht! Und... Aber ich möchte erstmal die Nummern gehen! Äh... Mit Omelis bei der Katakombe! Und damit gehen wir dann... Avala Kedavra, den letzten Fluch, der uns noch fehlt! Dann hätten wir's! Dann hätten wir's! So, Inventar kurz gucken! Weil wir haben bestimmt was... Wir haben bisher was gefunden! Und zwar... Genau! Auch der Toten! Ja, wir haben alles... Wir haben vieles jetzt gekriegt! Wie gesagt, ich bin komplett fertig mit Trinken und alles drummit dran! Ich habe Offscreen! Offscreen habe ich mir komplett alle Tränke zugebracht! Gehauen, wie es irgendwie möglich ist! So, gucken wir mal gerade, ob das irgendwas bringt, das Ding? Nö! Überhaupt nicht! Überhaupt nicht! Ich... Ja! Meine Scheiß-Mülle ist bewusst so gewählt! Ich bin halt, wie gesagt, eigentlich ein Fan der Dunkelnkünste! Oh, warte mal! Verfügbare Talent... Äh... Ah, okay! Das ist das! Das ist das! Ich bin nur... Haupttalente! Ich bin nur... творches ... St... Oh, das nimmt man mit! Das ist immer gut! Ein zweites Zauber-Set! So kann ich wechseln! Äh, gut! Ja, wir sind erstmal bei 40%! natürlich nicht mission noch so noch kurz auf die karte gehen weil dann mache ich hier feierabend für heute warte mal die karte ist schon richtig gewesen so wo müssen wir hier unten genau dort kann er kaum erfahrt feld kraft gut dann würde ich sagen machen wir sehen uns in deren nächsten episode war wieder dabei das weiß ich auch nicht aber das werden wir dann hoffentlich in der nächsten folge erfahren